hey leute willkommen zusammen card und einen neuen video heute spielen wir satten market mal gucken wie das ist ich habe schon ein bisschen reinguckt also nur kurz ins menü und mir ist gleich aufgefallen ist es leider wieder englisch ja ich hoffe wir können einstellen ja erst mal ganz ganz wichtig musik aus language hier steht deutsch super 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 und es sieht auch so aus als wäre voranzukommen rückwärts bewegen strafe rechts dafür links ach manno warum ist das denn immer so blöd übersetzt ich verstehe das nicht gerade in der heutigen zeit oder einstieg schließen so texturen ist alles gut fertig ist eine person machen wir an videos abspielen ja fälligkeit vorankommen ok gut ok also in diesem spiel geht es darum dass wir nicht so einen markt führen sondern wir müssen wohl eher einkaufen und das wohl illegal und es kommt mir ganz viele leute die uns davor abhalten weil das ganze nämlich in der nacht passiert ja also das heißt wir tun in der nacht hier einbrechen wahrscheinlich und holen uns sozusagen die sachen raus die wir brauchen und dann gibt es hier so wachleute und sowas und nachher auch noch soldaten ja die uns davon abhalten wie gesagt das ganze hier durchzuführen so partitur menü ach du scheiße habe ich überhaupt nicht gehört so ok wir starten einfach das tutorial und dann sehen wir was auf uns zukommt 21 produkte zum sammeln so ok es ist nachts so und wir haben jetzt hier wassermelone jetzt muss ich gucken wassermelone 23 jetzt brauche ich waffeln und untersuchen die wo das ist weil es so gucken was hier los hier sind gucken wie viel gurken 6 walnüsse 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 wo sind die waffeln jetzt deswegen ist ein ganz schön streitiges spiel muss nämlich auch gucken pistazien wandeln 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 wo sind die reißdinger das muss nämlich erstmal wissen wo das ganze scheiß erstmal ist hier cashews haselnüsse haselnüsse wobei cashews was ist hier was ist das was sind das für teile ah das speed ok wo ist der scheiß hier hä kekse ne kekse brauche ich nicht kekse wo sind keks waffeln brauche ich waffeln 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 hier sind kekse schokoriegel schokolade schokolade gibt es doch nicht hier ist alles zu hier ist reiß zweimal reiß chips brauchen wir nicht teig waren gibt es ja nicht hier das soda soda mit orangen geschmack hier vier stück ok jetzt wollen wir mal wahlnüsse waren es in der seite steht ok und nur noch waffeln 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 fisch 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 hier sind waffeln ok zwei waffeln so hab alles geht zahlen wie geht zahlen ok na zahlen war es jetzt wohl nicht aber ok ok war echt ein bisschen hektik muss ich sagen so wir gucken aber nächster level erstes einkaufen was ist denn da los warum fahren wir so einen einkaufswagen lang wir brauchen jetzt rötchen mit samen brot würstchen sprühreiniger achte scheiße würstchen brötchen brötchen hat immer teig waren wo so ein brötchen ok warum fahren hier so eine einkaufswagen rum das verstehe ich nicht brötchen 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 kaffee muss ja hier eingewöhnt wo hier alles ist katzenfutter katzenfutter was ist das hier drachenfutter ok drachenfutter so brötchen mit samen hatte mal sprühreiniger speiseöl hier war speiseöl brauchen wir acht stück was alles sogar speiseöl ok und der futter hundefutter was das hier sprühreiniger da sprühreiniger fünf stück zack ok was das waschmittel reisins wo es reisins bleichen gleich nicht reisins war doch hier irgendwo oder aber schien steht alles überhaupt irgendwo reisins hier gut brötchen mit samen milch 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 ist hier nicht hat das ist krass offene tür offene tür aktion fisch ok was ist das hier alles milch irgendwo muss die milch sein hier milch da jawohl aubergine in dosen hatte mal da hinten ist die becker wie ok komme ich gar nicht hin hier donuts rätsel brötchen mit samen augenbrötchen croissant da brötchen mit samen drei stück ok jetzt brauche ich würstchen und durch damen bin das richtig stressig ihr müsst ihr müsst ihr würstchen aber schienen waren irgendwo hier bei den fischen bis 50 uber schienen hier war was überschienen und sind auch dazwischen gewürfelt so jetzt bräuchte würstchen wo sind würstchen wo es fleisch wird immer muss der fleisch sein ihr fleisch was das würstchen ne androile würstchen hier würstchen zack zack gut geht zahlen und tschüss fertig mensch muss erstmal wissen wo das ist alles ja und jetzt kommt bestimmt noch wache leute schließlich einige schwierigkeiten hier diesmal sind sie nicht allein wenn sie speziell prüft den boden einsammeln können sie durchdrücken von spacebar ok wenn sie rennen kann der wachmann sie nicht fangen also zögern sie nicht ihm zu begegnen wenn sie erwischt werden verlassen sie den laden ohne zu bezahlen also stehen sie sicher dass sie dem wachmann ausweichen wenn sie ein produkt aus der nähe sehen möchten drücken sie eh stehe ich so was brauche ich jetzt erst mal auf fisch da ist er weg wo ist fisch jetzt zahnpassser doch zahnpasser brauche ich Colombi auch 2345 fisch 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 1 3 время Brezel, Brezel, Brezel Brezel, Brezel Solettenpapier brauche ich auch Okay, hier Ah Geh weg Geh doch in Ruhe, Junge Ja, so, zack, zack Alles Windeln Ich brauche Toilettenpapier, hier Gut, Brezel haben wir Pistazien waren auch wieder vorne Bei den Nüsse Äh, Cashews Pistazien, hier Zack, gut Äh, Damenbinden waren auch da Damenbinden, Damenbinden, hier Ne, wo war das? Hier Gut, fertig Was ist das? Weichspüler? Brauche ich nicht Brezel, Brezel, Brezel Wo sind die Brezeln? Ja Eins, zwei, drei, vier Gut Kartoffeln Scheiße, wo sind Kartoffeln? Da binden wir auch noch eine Lass mich in Ruhe Von einmal da binden Wo sind sie? Da Einmal Gut Hab ich Was ist das? Schokoriegel Schokoladenmilch Brauche ich nur Kartoffeln und Schokoladenmilch Kartoffeln Wo sind Kartoffeln? Hier Kartoffeln Zack Zack Jawohl Lass mich in Ruhe Schokoladenmilch, Schokoladenmilch Wo bist du? Da Schokoladenmilch, bist du Schokoladenmilch? Nein Das mit Ah Oh, das ging aber schnell Scheiße Das ging schnell Ey, da musst du echt gucken Richtig krass Darf sich gar nicht so lange an einem Ort aufhalten Das ist krass Okay, nochmal von vorne Fisch, Toilettenpapier Okay, gut Na los Erstmal Kartoffeln Hier waren Kartoffeln Habe ich gleich schon gesehen hier, ey In Ruhe Okay, aber er läuft immer hin und her Gut Schips, Schips, Schips Gut Hier waren Pistazien Ne Sind die denn die Scheißdinger? Ne Ah, Pistazien Gut, fertig Seten wir ab hier Der wird aber auch aufgehalten von den Dingern Gut Jetzt weiß ich ja, wo alles ist So ein bisschen Gut, Brezeln Alles da Fisch Zahnpasta Gut Fisch Wo ist der Fisch? Fisch, Fisch, Fisch Fisch Gut, Fisch ist fertig Wir brauchen nur noch Schokoladenmilch Ich weiß überhaupt nicht, wo die ist Salatdressing Ketchup Ne, hier ist das alles nicht Da, Schokoladenmilch Ich bin Ruhe Geh weg So, und tschüss Tschüssi Kowski Fertig Ist auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel, muss ich sagen Jetzt schon So, was brauche ich? Schokoriegel Seife Orangen Orangen sind hier irgendwo Ja Zack, zack, zack Gut Orangen sind wir fertig Äh Frischkäse 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 Schokoriegel Äh Sauerkraut in Dosen Du Scheiße Was ist das hier? Dreckbahn Shit Hier kommst du nicht durch Natürlich echt gemein, ne? Äh Was ist das hier? Oliven Sauerkraut 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 Wo ist Sauerkraut? Sauerkraut Sauerkraut Hier Sauerkraut Zack Gut, fertig Schokoriegel Shampoo Seife Hier muss auch Seife sein Seife ist nur Sonnenschutzmittel Was nehmen wir da durch? So, hier ist Shampoo Fettenreiniger Oh, lass mich doch in Ruhe, Mann Laugenecke Laugenecke Ne, laugenknoten Hier, Laugenecke Gut, hab alles Seife Was ist Seife? Seife, 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 Seife Oh Okay, Frischkäse Wo ist Frischkäse? Ist das hier Frischkäse? Ja Gut, ist fertig Frischkäse haben wir Seife und Schokoriegel Was ist das? Was ist das? Marmelade Okay Und Seife Seife, Seife, Seife Seife Leichen Beispüler Shampoo Habt ihr das gesehen? Eigentlich war der rechts Und ich links Ach du Scheiße Also es geht recht Recht, recht fix Scheiße Muss einfach gucken Wo erstmal alles ist hier Oh, jetzt hat er mir angezeigt Gerade eben wo alles ist Gibt es eine Tastatur Dash Spacebar Offene Liste Tab Zoom Dialog Spiel Passieren Das ist Cape Dialogbox C Ah Passiert immer nix Oder? Ehe ist so ein bisschen Gucken Ich habe in Ruhe hier So Schokoriegel Seife Schokoriegel War irgendwo hier vorne Hier ist alles gesperrt Hier ist Kaffee 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 Kekse Kein Schokoriegel Katzenfutter Metieröl Gewebe Boah Dann Ruhe hier Der stresst Kaffee Wo Ja das ist halt der Scheiß Wo ist diese Mist hier? Du weißt auch nicht wo es ist Hier ist Seife Ah Lass mich in Ruhe Ah Geh doch weg Oh Da war wieder alles im Weg Also ich muss sagen Es ist echt hektisch Also Erstmal muss man überlegen Wo war etwas Ja Und dann musste den Scheiß Auch noch da ausweichen Also das ist echt heftig Ah Man sieht das im Vorfeld Okay Da ist Orange Da ist irgendwas Da hinten ist was Da hinten ist was Und da ist was Okay Eins Zwei Drei Hier fünf Okay Interessant Gut Dann los Ah Da war zu Scheiße Da war zu Mach der denn Gut da läuft das Schicko Wir haben was Sauerkraut in Dosen War da hinten irgendwo Gut Sauerkraut haben wir auch Gut Dann haben wir hier irgendwo Frischkäse Gut Frischkäse haben wir auch Äh Laugenecke Wo ist er Da hinten Gut Laugenecke haben wir auch Äh Wir brauchen jetzt irgendwie Seife noch Seife 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 Wo war die Seife Ah Mir ist alles zugebaut Weißte zweimal noch Gut Hab ich Und raus hier Scheiße Fertig Cool Okay Eine Minute Wir werden immer besser Ausgewogenes Einkaufen 45 Produkte Alter 45 Ah da steht Der Wachmann Okay Also hier vorne Einzig Tiefgrün Laden Äh Da hinten Okay Hier vorne Und ansonsten Alles da Okay Oder mit Cola Geschmack Gut Soda mit Cola Geschmack Eins Zwei Wo finde ich denn die Alter Noch kleine Flaschen Hier Boah Das ist mir in Ruhe Einfach alles mitnehmen Hier was geht So Dann war hier Anuil Was das auch immer bedeutet Anuil Schokolade Hier Schokolade Wo ist er denn Okay Äh Was brauche ich noch Anuil Anuil Getreide Getreide Irgendwas Getreide Muss sein dass es hier ist Getreide Ne T war hier Getreide Hier ist Getreide Gut Kaffee Du musst dich So So viel Sachen Konzentrieren hier So Bürgers 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 Gut Der hält sich da auf Okay Anuil Anduil Cashews Äh Cashews Cashews Aber wir machen erstmal die Windeln Okay Windeln haben wir Ich brauche Anduil Was Anduil Teig waren Ah Cashews Waren da unten Glaube ich Ah Gut Cashews sind fertig Jetzt wollen wir noch Anduil Und Bürgers 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 Wo sind Bürgers Das ist die gute Frage Was heißt Anduil Bürgers 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 Schokolade Schokolade Vanille Wo sind Bürgers Das finde ich jetzt blöd Da sind Bürgers Gut Anduil jetzt nur noch Was ist Anduil Anduil Sprühreiniger Beispüler Kekse Marmelade Eier Getreide Kaffee Was Oh dieser blöde Einkaufswagen Oh Ist das gemein Das ist halt Also das muss ich echt sagen Das Spiel ist cool Es ist auch nett gemacht Aber Man muss erstmal durchgucken Wo ist was Und das ist allein blöd Das ist echt blöd Das hat so ein bisschen was mit Merken zu tun Wo was sein könnte So wo ist das hier Ah Da drin ist irgendwas Also da Gefrierfach zweimal Denn da hinten Windeln Hier vorne ist Getreide Und Ne das könnte Getreide sein Okay Auf jeden Fall das Öl Cashewkerne Ah nicht Öl Äh Na Soda mit Cola Das sind die Cashewkerne Das ist Getreide Das sind die Windeln Genau Das sind die Burger Und das müsste die Anduil sein Alles klar Gut Und los Gut Gut Wir haben die Cola Getreide Ne Schokoladevilla Gut Schokolade Getreide Was war das hier War das hier Ne war Getreide Gut Getreide haben wir also Jetzt war nur noch Cashew War da vorne Erdnüsse 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 Hab ich alle? Ne Ein Cashew Brauch ich noch Gut Ein Cashew So jetzt sind wir hier bei den Windeln Gut Habe ich auch alle Jetzt brauche ich Bürgers und Anduil Okay Bürgers und Anduil Hier sind Bürger Zack Und die Anduil liegen Irgendwo hier drin Da ist Anduil Okay Jetzt bin Ruhe Der lässt mich das aber auch nicht machen So jetzt Anduil Ah ich brauche noch einen Anduil Wo ist der Scheiß Ah das ist Der bleibt doch immer da in der Nähe Ne Sodass ich das ja nicht holen kann Na gut Wir haben es alles Gut jetzt können wir raus Und tschüss Huh Huhu Echt knifflig Cool Nächster Level Eins gegen eins Okay Was soll das sein Oha Der wartet schon auf mich Hallo Ich glaube der ist schneller Oder gerissener So Ich kann mir das gar nicht vorstellen Wenn jetzt zwei drei Leute hier rumhüpfen Alter wie schnell das alles gehen muss Krass Okay also ein Gipfrierfach Da hinten ist das Brötchen Okay hier die zwei Regale Da in der Ecke ist was Okay Und da Bier Na gut Los geht's Da ist das Bier Da ist das Bier Der hilft auf jeden Fall schneller So was war jetzt hier Joghurt Oha Dann Ruhe Hier Sonnenschutzmittel Gut haben wir alles Kaffee 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 Schokolade Wollte er auch haben Okay Was wollte er noch haben Kaffee Oliven In Dosen Oliven In Dosen Sind hier Gut haben wir alles Wo ist der Kaffee 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 Boah Der hängt mir so am Arsch Das ist echt krass Kommst hier einfach nicht weg Von dem Kekse Ne Kekse brauche ich nicht Kaffee 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 Da ist Kaffee Zack Gut So dann war hier irgendwas noch Sprühdose Toilettenreiniger Ne Das braucht er denn jetzt Geil Wir holen einfach Brötchen Brötchen haben wir Joghurt Weichspüler Weichspüler Haben wir Joghurt brauchen wir nur noch Und dann sind wir fertig Joghurt 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 Ja Fertig Ne Einen noch Einen Joghurt noch Zack So Tschüssikowski Huh Mensch ey Du musst erstmal Dich orientieren Wo geht's hin Was musst du machen Ne Das ist echt krass So Gehen wir mal zurück Zum Hauptmenü Okay Okay Haben wir aber geschafft Einkaufen Einkaufen Okay Also ist noch ein bisschen Okay Da ist noch echt zu tun Was ist das Partiturmenü Was ist das Wenn du die Level von uns angeschafft Kannst du deine Zeit verbessern Um eine bessere Punktzahl zu erreichen 50 Sekunden Was 15 Sekunden What the fuck In 35 Sekunden Wie würdest du das denn schaffen Das ist ja heftig Das ist echt krass Kostner die See Ne Das wollen wir jetzt nicht Einstellungen Haben wir da noch was Ne Äh Einstellungen Schließen Okay Ja also da kommt Auf jeden Fall noch was Auf uns zu Ich denke wir haben jetzt Die Hälfte geschafft Und Ähm Ja Da kommt Fürs Einkaufen Ultimatives Einkaufen Zu einfach Ich drehe Verfolgung schnelles Einkaufen Großartig Einkaufen Das ist auf jeden Fall Schon krass Ja Okay Das ist das Spiel Sat Market Ja Ähm Interessante Spielweise auf jeden Fall Habe ich so noch nicht erlebt Sonst führt man ja immer So ein Market Ne Und verkauft Und jetzt muss man sozusagen Den Ausrauben In Anführungsstrichen Und äh Ja Ist nicht schlecht Aber es ist ein bisschen hektisch Muss ich sagen Ja also viel zu viel Viel zu hektisch Ich meine Man könnte es ja so machen Dass man wenigstens Äh Für ein paar Sekunden Das anzeigen lassen kann Wo das ist Ja Weil du musst dir merken Und während dieses Merkens Musst du halt dann Gucken wo der Typ immer sitzt Ne Und da musst du auch noch Richtig zielgenau klicken Und sowas alles Also das ist schon Richtig knifflig Und ich meine Für so einer wie mich Der halt jetzt nicht so schnell Das Gameplay gewohnt ist Ähm Ist das schon echt hektisch Okay Aber Es macht Spaß Es ist sehr interessant Auf jeden Fall Wie gesagt Sollte dir das Spiel gefallen Kannst es dir gerne holen Ähm Du kannst mir gerne mal Unten in den Kommentaren reinschreiben Wie weit du gekommen bist Und wie schnell du gekommen bist Und äh Bei diesem Spiel Und ähm Ja Dann würde ich mich freuen Über ein Abo Und über ein Like Und ähm Bis zum nächsten Video Macht's gut Tschüssi Kowski